Am Ende ließ die Dunkelheit nach und unsere Helden waren erleichtert, wieder Licht zu erblicken. Leise musterte die Diebin die neue Umgebung. Sie war noch nie zuvor hier gewesen, aber aus unerklärlichen Gründen fühlte sie sich heimisch. Die Routen des Untergangs, wie der alte König sie nannte, sahen aus wie im Tagebuch beschrieben. Wunderschön und majestätisch, trotz der Jahrhunderte, die vergangen waren. Das dritte Artefakt könnte vielleicht am höchsten Ort der Ruinen gefunden werden. Du bist gleich mal gesammelt da, ne? Was? Du Dieb. Du diebische Diebin. Du bist die Diebin. Warum wechselt denn das immer? Nein, die kriegst du nicht, die kriegst du nicht, ich fang mich doch. Ja, ich nehme den Boss hier. Ich will immer Boss spielen. Habe sonst nichts zu sagen. Ein paar Zehen. Ein paar Zehen sieht es aber anders aus. Naja, du bist halt mein Opfer. Ja, sehr schön. So, wie komme ich jetzt? Boah, ich habe aber kein bisschen abgekriegt. Da oben ist ein Blatt voll, siehst du die nicht? Da oben, ja. Ich komme da nicht hoch, warte mal. Da muss ich wieder den Zauberer holen. Hä? So, jetzt muss ich wieder warten. Und wieder diese schöne epische Musik. Oh, ja. Mach ich das endlich wohl. So, nein. Shit! Ja, das ist so, ich will nicht. Ich muss unten lang, okay. Gut, gut, alles super. Ach hier unten, ja warte mal, warte mal. Ist noch ein Trank raus? Ja, ja, ja. Mensch ins Kibbruch. So. Läuft, ähm, jetzt so. So, warte mal. Warte mal. Ui! Guck, guck, guck. Guck mal, den müsstest du bestimmt mit dem Zauberer ziehen und dann kannst du hier hinten die Wand einklassen. Warte mal. Ich klatsch erstmal den hier weg. Ach so. Können wir hier irgendwas einschlagen? Ne, ne? Ja, da oben, die Wand. Warte mal. Da oben? Wann habe ich denn jetzt einen Zauberer? Ja. Also hier kann ich nichts einhauen. Aber damit, pass auf. Und... Ach, da oben. Ja. Das hat ja toll funktioniert. Warte mal. Alle guten Dinge sind drei, also beim dritten Versuch. Dann klappt es. Okay, dann habe ich auch noch zwei. Ja, also lass dir... Da. Okay. Wunderful. Ey, mach mal nie so schnell. Mach doch gar nicht. Lass mal Big Boss vor hier. Der regelt das hier für dich. Ja. Ja, ja, das sieht man. Okay, na, ich wollte ja sowieso unten lang, weil da nämlich schöne Tränke sind. Ja, ja, ja. Die lasst dann hier. Und dann will ich natürlich auch prüfen, ich glaube... Ups. Hier kann man auch tauchen. Ja. Ich glaube, da geht sogar weiter. Ja. Echt? Und oben war nichts mehr? Bist du dir sicher? Ich weiß nicht. Ich bin über runtergefallen. Achso. Ich kann das dir jetzt nicht so ganz genau sagen, aber schaff... Wer kommt denn? Hui. Yeah. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hoffe, mein Ton haut heute diesmal wieder. Ich höre nach dem Part mal rein. Weil in der letzten Aufnahme-Session habe ich nämlich gemerkt, dass mein Ton wieder verdammt leiser war. Auchen! Aua! 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 Hallo Julia, ich glaube, wir müssen hier hoch. Da muss ich den Zauberer mal irgendwie nehmen. Hm? Es läuft. Es läuft. Warte mal. Toll. Noch eine Kiste. Aua! Also hier unten muss es irgendwo weitergehen. Eh, eine Spinne! Ne, da ist eine Zecke! Ne, eine Spinne! Hast du da eine Zecke? Haha, die wartet auf mich. Jaaa! Ich bin so gut. Da hat sie selber schon zugegeben, dass es eine Spinne ist und sagt trotzdem, eine Zecke einfach nur nicht zu ärgern. Ich bin so gut, so gut, so gut, so gut, so gut. Oh, eine Kiste habe ich gar nicht gesehen. Oh, hier unten auf den Tränke hast du hier vergessen. Hä? Wo? Ganz unten. Amulett der Stelle. Ja, das habe ich gefeindet. Ich ertrinke. Nee, ich keine Ahnung. Hups, ich wollte gerade auf dich zuhauen weil ich dachte, das wäre eine Spinne oder sowas. Hä, was ist denn los? Ne, da war ich ja noch gar nicht. Kannst du mal bitte? Kannst du mal bitte? Kannst du mal bitte? Gar nicht. Kannst du ja bitte die Kisten da oben weg, du hast die da hin? Ja, hä, wie soll ich das jetzt machen? Ja, dieses... Mal das, Kalb. Fertig, wir. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Warte mal. Warte mal. scheiße alter schwede ich komme ja nicht hin hier geht es ja auch nicht ne geht doch mal kannst du von dem von dem blauen licht hier die kisten anheben da müsstest du eigentlich können ja ich denke ja die komma hoch hier so naja die frage ist ich bin fast richtig geld verkeilt ja ich sehe ja nix das ist ja das jetzt sehen kommst du schon probiert warte mal ich baue mir mal geht ja nicht die kiste die beschwingte ne geh mal weg kurz dort vorne ja na klar gehen die weg wenn ich noch mehr kisten baue und noch mehr ach so ja so meint ich das aber nicht warte mal jetzt ist sie weg jetzt ist sie weg und willst du mal wieder noch eine leiste bauen ne was ist denn ich baue mich zu ne das geht nicht so einfach so hä der baut keiner doch jetzt sagt du brauchst bloß einen strich zu machen hast du aber irgendwie ein hergemacht genau hat er immer noch nicht jetzt ist sie weg bitte wah oh gott ja ähm hm also da oben hab ich Tränke bereits geholt das problem ist jetzt nö ich komm hoch ich komm nicht hoch ah pass auf du bist gleich tot oh gott äh siehst du äh scheiße ich kann mit den dicken ich kann mit den dicken kann ich scheiße jetzt hast du die scheiße eigentlich nicht ich aue rein und sterbe schon wieder scheiße warte ich komm warte ich komm pass mal auf oh helles ich muss erst mal die oberen Stachel weg gehen lassen oder ja genau das ist gut ja so so cool also ich bin oben und du warte boah so endlich 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 die habe ich ja schon geöffnet so ja und jetzt wo geht es jetzt weiter äh jetzt haben wir diese Anstrengung geteilt und sonst ach so was haben wir denn überhaupt gekriegt das kann man mal ganz kurz gucken was das ist ähm was das ist äh was das ist äh was das ist da ne immer mal nicht da was war denn das Amulett der Stärke Amulett der Stärke erhöht die maximale Gesundheit um 10% verbindet sich mit anderen Gesundheitszaubern das kommt doch zu meiner Krieger äh Dieben jetzt ist meine Dieben voll ja siehst du siehst warte mal irgendwo hatte ich mal nur Zauberer okay dann muss das glaube ich da hin dann ist das nämlich falsch bei denen hier du 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 ah da 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 okay bla bla Waffenmana verwenden erhöht den Schaden durch Waffen und dann mach ich das beim Krieger hin nämlich weil ich benutze die Dingens Bummens ja selten ne ja so wie fahren wir denn nun fort hast du ne Idee mit dem Auto na dann zauber doch mal eins ich glaube wir müssen wieder runter wie wir fortfahren ja aber das ist warum sind wir eigentlich da drüben ach so warte mal kannst du warte mal kann ich das nicht erschießen erschießen ach so andere Pfeil ja wie gut ja sehr schön also ich bin gestorben aber das hat mir gut getan deine komischen ähm ja ja dankeschön ich glaube wie mache ich denn die weg hier die dummen Dinger und Schuss ha was ist los warte mal hier unten geht es auch noch irgendwie ne doch nicht hm hm ok hä wie geht denn war hin oh Gott wie komme man da hoch das ist ein Stein oh warte mal warte mal ok ok ähm ähm links ist ein Trank willst du den dann holen ja ja irgendwie und zwei dränge unter wenn du drauf hübs dann gehen die ehren da oder könnten die kiste bauen stopp warte mal ich sehe gerade eins okay du musst jetzt mal ach nur eben genau das ist eine gute idee ja doch die ist super aber sofern du drauf springst gehen die ja eh wieder runter du musst du musst jetzt du musst mal auf du musst mal die kiste runter tun bitte jetzt noch mal drauf bitte bleib mal stehen scheiße ich muss noch mal jetzt ist der andere schalter oben komm ich denn da hoch dran warte mal wenn ich hier eine kiste hinmach hier drunter naja bringt zwar nicht viel ich könnte noch eine zweite kiste bauten warte mal ich war mir noch eine zweite oder ich überlege ja kommt man denn da rüber oder so naja und weiter ja cool läuft doch nein läuft doch noch mal noch mal bitte ja ich hab den Eintrang nicht gehört wie hab ich das jetzt gemacht funktioniert super mein gott jetzt gleich rüber das ist jetzt so die frage wie komm ich dann kannst du mir noch irgendwas ne kannst du auch nicht oder irgendwas hinbauen was mich jetzt da runter was denn kannst du da zwei kisten übereinander stellen das ist doch ne dann kommt die fällt da runter zwei kisten und ein paar plattformen ich bin ich nicht na die ist ein bisschen schief ich weiß ja nicht wo du bist warte mal hä ich bin die ja die konnte man doch aber auch mal abschießen die ja das geht gerade auch warte ich probier es gerade ich schieße die immer weiter hin noch ja ja ist der dunkle umgefallen hä wo bin ich denn ich bin irgendwie da drunter hä ach du macht man das jetzt und du ja ich brauche mir hier kisten damit sie hochkommen das kann ich eh nicht hä ich bin irgendwie halt das war das geräte du und du dass sie auch den So, hier hab ich. Oh, ich schwitze schon wieder, ey. Äh, hier. Hä, was ist denn das? Oh, wie komm ich denn? Da musst du Feierfeil schießen nach oben. Ja, ja. Und einmal nach unten. Ui. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Okay, hier kommen wir eh nicht weiter. Eigentlich, glaub ich. Boah. Muss es? Gibt's ja irgendeine Kiste, die man wieder mitnehmen kann? Nee. Du musst eine bauen. Aber oben geht's nicht weiter. Nee, die sinkt doch. Die schwimmen die? Nee. Die geht unter. Hallo. Hier geht's nicht lang. Muss auch lang. Müsstest du höchstens mir wieder sowas machen, dass ich rüberspringen kann und dann bist du dann. Ja, warte. Und das dann in der Luft halten und dann. So, warte. Hä, da hat sich doch gerade irgendwas geöffnet. Nee, da kam so ein Vieh. Warte mal kurz. Warte, du musst ja auch irgendwo kommen. Warte mal. Ich bin gleich ein Zauberer. Ich muss bloß erstmal Skeletts wegmachen. So. Darf ich? Hm? Warte. 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 Ich bin immer mein Zauberer wieder. Ja, mach du erstmal. Ich hab zwei Figuren, das gibt keinen Namen. Äh, passiert gar nichts, ne? Warte. 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 Hier sind wir auch. Oh. Komm, du kannst dich hangeln. Ich muss hüpfen. Hm. Oh. Ich bin oben. Oh. Oh mein Gott. Hä? Ich sehe gerade. Da drüben vielleicht noch was? So, ba, um, stumpf. Ja, was ist denn? Da muss noch genutzt werden. Ja? Da drüben noch was ist. Aber ich. Oh. Menuh. Denix, ich höre bloß. Ah. Okay, ähm. Autsch. Ja, ich bin so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ups. Manu, wie komme ich schon auf dieses Scheiß-Ding drauf? Brauchst du ein echt heftiges Timing. Okay. Jetzt. Da komme ich trotzdem nicht drauf. Ui, ich höre doch. Hm. Warum? Das ist ja cool. Ich bin oben. Was ist cool? Ja, wieder. Guck mal. Wieder auf seinen... Auf seinen Schild tanzt. Ey, wie geil ist das denn? Wenn du nach unten drückst, dann springst du? Ne, nach oben. Also Pfeil, ne? So, äh, Pfeil. Ihr Schild so und dann einmal gesprungen. Juuu. Auf Feini. Oh, guck mal da. Oh, oh. Oh, jetzt haben wir Boss. Oh, 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 oh. Jetzt kommen sie von oben hier. Die Schlawinas. Hinter dir. Zack, zack, zack. Und weg sind sie. So schnell kann es gehen. Yeah. Ein bisschen Energie auffüllen. Jetzt ist ich wieder da oben. Oh, ja, da oben ist ein Drang. Ähm, ich nehme mal den her. Oh, ich habe vergessen, einmal zu töten. Übelst du klein. So. Was mache ich denn nur? Hä? Du bist halt ein bisschen nervös. Ja, ja. Nervös. Wolltest du nicht denn nervös sein? Genau. So was. Ach, geschafft. Welchen Grund hätte ich denn nervös zu sein? Ups, pass auf. Da unten ist ein Drang. Komm, erst mal hoch und du mal die Dinger wieder weg, bitte. Super. Ja, wir sind einfach zu gut. Wow. Für Schwein. Ja, das in dem Atemzug, weißt du? Was wird mir so scheiße? Da oben ist auch noch was. Ich glaube, da müssen wir wieder hier Plattform, äh. Wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Ah, jetzt kann ich es vorschieben. So. Gut. Ach, du Schande. Und wie kommt man jetzt denn da weiter? Ah, okay. Du musst also einmal runter und einmal wieder hoch. Gut. Du kannst wieder runter. Wann? Ja. Nochmal rauf. Und dann, wenn ich rüberspringe auf die linke Plattform, machst du das ganz schnell nochmal. Genau. Nochmal schnell runter und nochmal hoch. Scheiße, ich habe es verpeilt. Scheiße. Ich habe es verpeilt gerade. Scheiße. Jetzt muss man die Kiste hier wieder. Warte, warte, warte. Okay. 3, 2, 1, jetzt. Zündung. Hab's ja. Ja, super. So, dann kannst du ja gleich rüber. Yep. Ja. Okay. Ähm. Du jetzt. Ey. Ich bin auf den Maul hier. Äh. Ich brauche mir nur eine Kiste. Ups. Ups. Ach, ich kann ja bloß zwei Kisten machen, ne? Da war ja was. Du kannst, glaube ich, drei? Ich kann bloß zwei, ne? Oder? Ich glaube, du kannst mehrere Planken, ja. Okay. Okay, wie sieht aus? Okay. Kann ich eigentlich jetzt auch mit meinem, mit dem Schwert, mit dem Pfeil hier, deine Kisten zu schießen? Ohne, jetzt hast du richtig gestapelt, ich lass mal. Äh, warte mal. Warte mal, ich weiß noch. Hä? Da macht mir keiner. Nee, ich muss nur hier rüber. Scheiße. Ich habe dir versehentlich eine Kiste weggeschissen. Versehentlich. So, jetzt. Ja, toll. Hier, schieß mal die. Warte. Hä? Ich komme nicht rüber. Ja, weil du jetzt die Plattform da hielst. Jetzt. Ja, ich habe es geschafft. Oh, endlich. Endlich. So. Guck mal, da kommen sie schon angeschlichen hier, die. diesen Drecksskelette. So, fort mit dir. Du hast geschmissen. Du hast... Na, willst du mal eine Runde Bahn gehen? Yeah. Tschüss. Und viel Spaß. Ich glaube... Ja? Ja. Aber die Kopfhörer fällt schon mal auf. Ja, auch cool. Links, rechts, erst mal vertauscht. Achso, warte mal. Können wir hier rein eigentlich? Oh ja, wir können hier rein und ein paar Tränke ergattern. Sehr schön. Guck mal, hier sind Kisten, die sind aber festgemacht. Hm. Das ist ja komisch. Kannst du die aufschießen? Nee, ne? Vielleicht brauchen wir die ja. Brauchen wir auch was, sonst kommen wir ja nicht hoch. Komm, ich kann mit dem Wasser nichts schießen. Ja, auf dem Wasser. Achso, da muss ich bestimmt... Ja. Genau. Ach, die werden von dem Eisen nach unten gezogen. Kann ich? Ja. Nee, das war ein bisschen zu weit. So weit kann er nicht springen. Mal ein bisschen mehr zu uns. Ja, so, okay. Bleib so. Ich sehe jetzt die Kisten nicht, ne? Nicht? Nee. Kann das höchstens so machen. Oh, das ist so. Ah, geschafft. Super, super. Oh, jetzt kommt Boss. Nein. Ich bin tot. Scheiße. Nein. Ja, toll. Was für eine Kröte, ey. Oh, nein. Oh, ich bin runtergestopft. Scheiße. Ja, boah. Alter, der hat es aber in sich, du. Okay, nochmal. Ja, ich bin da. Oh, na toll, ich nicht. Warte mal, nein. Oh Gott. Alter. Oh. Was eine Dreckskröte. Den hast du jetzt aber auch. Den hast du jetzt aber auch schön abgelenkt. So, und jetzt? Da hoch. Einen Trank. Da oben ist ein Trank. Hm. Ja, fast. Fast. Hm. Knapp daneben ist auch vorbei. Hm. Hm. Ja, das ist natürlich die erste Flöten, natürlich. Jetzt muss es aber klappen, weil es geht nämlich die untere. Ha. Ja. Läuft. So, nochmal. Ja, geht gleich nochmal nachgucken, bevor es dann zu spät ist. So, dann einfach runter mit uns. Wie, wie. Geh mal tausend. Ja, willst du? Ich glaube, das ist nicht so gesund. Probier mal. Obwohl, obwohl da ein Trank ist, ne? Du wachst es. Aua. Komm, wie er dran hängt. Nicht zu messern. Komm, wie er dran hängt. Autsch. Ja. Ja, jetzt. Wum. Oh. Autsch. Äh, das Problem ist, wie komm ich denn jetzt rüber? Das ist wieder mit dem Zauberer, wa? Ne, wie denn? Na. Planken legen. Zum Beispiel. Geht nicht. Geht nicht. Hier, drauf. Weil dann, nimm die Frau. Nimm die dreckische Dieben. Doch, warte mal hier. Ja, toll. Ach, ich bin so blöd. So. Dupi, dupi. Weiter geht's. Oh, man. Ups, Vorsicht. Ich bin oben. Bist du, ja? Würdest du sie haben? Nö, 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 nö. Ich schaff das auch. Supi. So. Da drüben ist dann auch wieder ein Trank. So, kommst du wieder, hör. Na ja. Dankeschön. Bitte. So. So, Checkpoint. Und es geht eine Etage nach oben. Da wird mit Sicherheit was sein. Ja. So. Äh. Äh. Ah. Ja, 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 ja. Äh. Hilfe. Von allen Seiten. Ah. So. So. Ich bin oben. Ach, Scheiße, aber Tränke verpatzt. Warte. Gimmi. Nein. Nein. Dürfte, wenn man links. Ich hole dann die Tränke oder willst du die Tränke rein? Nö, nö, nö. Mach ich mal. Aber hier geht es auch nicht weiter, ne? Oh ja, bist du gerade im Gang. Oh, ne Eromschaft. Ja, Eromschaft. Ruin Master. Roter Meisterstein gefunden. Hm. Können wir doch vielleicht mal gucken. Und zwar ist der rote Meisterstein. Der rote Meisterstein ist, erhöht die maximale Anzahl der Planken. Hä, wo ist denn der? Der rote Stein. Hinten rechts, dieser rote Meisterstein. Erhöht die maximale Anzahl der Planken um eins beim Zauberer. Erhöht die maximale Gesundheit um zehn Prozent beim Ritter. Ritter, also muss das auf den Ruf Zauberer, alles klar. Ist gut, wenn das manchmal dasteht, für wem das ist, ne? Word on Fire. Ich glaube, ich bin am Level Ende. So, und wie komme ich jetzt da hoch? Oh nein. Es ist nicht hier. Ich... Was? Nur ein großer Zauberer im Schlaf. Warte. Kannst du das hören? Nein. Könnte der große Zauberer... Licht, heller als die Sonne, blendete unsere Hände. Schnell, schnell. Scheiße, tut mir leid. Bilder von dem, was passiert war, blitzten vor ihren Augen auf. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ein Erdbeben das Podest erschüttert und dabei den... Scheiße, jetzt kann man eh aufhören. Ja, ja. Ja, ja, scheiße, jetzt kann man eh aufhören. Da würde ich sagen, beenden wir jetzt die Part hier. Und das könnt ihr euch natürlich nochmal in aller Ruhe im nächsten Part anhören. Und da würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann eben bei in den nächsten Part. Und dann tschüss. Für Verstand und Macht.